Okay, ich bin von der netten Dame an der Absicherung dem Schalter 3 zugewiesen worden. Tja, wie das genau hier funktioniert. Vielleicht wollen wir eine Überbevölkerung der Alhambra vermeiden. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer das ist. Vielleicht hätte ich es besser über das Internet gekauft, aber ich hätte sowieso keinen Drucker gehabt. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man ja heutzutage auch einfach den Barcode dann sofort zeigen. Das mag auch funktionieren. Aber okay, jetzt stehe ich mal in der Schlange und werde mal herausfinden, was da die bessere Lösung dann ist für die Zukunft. Bis später.